Die 200 Abonnenten sind erreicht. Vielen Dank an euch, meine Abonnenten. Dafür gibt es jetzt hier das 200-Abo-Special. Ursprünglich war mal ein 100-Abo-Special geplant, aber damals wusste ich noch nicht, was ich machen soll. Für das 200-Abo-Abonnenten-Special habe ich die besten Momente aus verschiedenen Spielen zusammengeschnitten. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß. Scheiße, Scheiße, ey. Vor allem nur der Sound, der Typ war nicht mal da. Scheiße, Mann. Krasst du schon so zettel 1 aus? Der war nicht mal da. Doch, alter, der stand da an der Seite, dieser kleine Knecht. Oh, fuck. Ich glaube, ich würde mich so umgedrehen, aber irgendwie auch nicht. Kann ich mal machen? Nein, ja, okay, machen wir. Oh, nein, bitte nicht. Oh, nein, bitte nicht. Scheiße, soll ich einfach rückwärts laufen? Nein, der killt dich doch. Was soll ich jetzt machen? Im Kreis rennen. Einfach den Weg entlang. Scheiße drauf, renn, renn. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich auch nicht, renn doch einfach. Ich renke mal an zu pieseln. Zu was? Zu pieseln? Ich laufe ihm gerade in die Arme. Oh, das stimmt. Oh, fuck. Der rennt. Der stand da doch rechts auf dem Scheiße. Jetzt ist er wieder weg. Oh. Ja, scheiße auf den auf einmal, ne? Ich anlaute den Blitz. Achso, oh, scheiße. Max ist weg. Mit Q. Zoom raus. Himm den Zettel, Max. Oh, toll. Schlecht. Schlecht, Max. Schäm dich. Warum steht er auf einmal hinter mir? Weil du keine Ahnung, wie viele Sekunden auf den Zettel gezoomt. Was ist das? Was ist das? Slenderman. Junge, wie schlecht. Ah. Hallo? Toll. Was ist denn das für eine Kacke? Wow. Hä? Bin ich absurd oder was? Wow, geil. Scheiße. Wow. 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 Scheiße. Ey, was macht denn das so hart? Der hat wirklich Zentakel. Verpiss dich. Nein. Er verfolgt mich. Sieben von zwölf. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Puh. Kann ich mal. Oh. Oh. Oh, Junge. Äh. Was war das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Gleich hat er dich. Nein. Wow. Nein, das ist schon wieder die Stelle, wo wir vorhin waren. Ich glaube, wir dürfen nicht immer ganz... Wow. Der kommt immer näher. Wir haben Sabber auf dem Bildschirm, warten wir schon auf den. Wow. Shit. Wow. Woanders hin? Woanders hin? Wow. Gefahr eliminiert. Die Sprüche hier sind zu cool in Black Ops 2. Die deutsche Syncro rockt. Rockt. Oh. Oh. Nein. Was sagst du nicht, da kommt ein Gegner. Naja, ich hab geschrien. Oh. Also schwul auch nicht. Und dann kann man nämlich versuchen, die Barske-Bälle so in den Kopf. zu schielen. Und... Zu schielen? Ja, ich hab... In den Kopf zu schielen. Komm, wir schielen sie mal rein. Vielleicht wenn wir dumm gucken, bewegen sie sich. Ich hab gedacht, du wirst ein Gegner. Und dann so... Äh... Nein! Weißt, dass mich schon damals immer gewundert hat, als wir uns... Neat! Alter. Wir haben... Sehr geil. So. So, jetzt mal Aftermath. Wir können das... Ja, wir können das... Live-Katerial in Half-Parts aufteilen, oder so, oder überhaupt. Mir ist gerade Setz jetzt runtergefallen. Sehr gut. Nam, willst du uns vielleicht was vorsingen? Was denn? Ich weiß nicht. Schlager vielleicht? Sie liebt den DJ! Sie liebt den DJ! Ja, Nam, das machst du gut. Weiter. Yeah! Komm, Nam, sing doch ein bisschen mehr. Stille Nacht! Stille Nacht! Stille Nacht! Und weiter. Alles schläft! Auch mein Bein! Auch mein Bein! Stille Nacht ist kribbelt voll, Alter! Das einzige, was ich kann, ist eh sexy Lady! Los, komm! Noch weiter, komm! Das kannst du, ich weiß es! Ob, 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 obpa! Opa! Der Opa hat's gangen aus da! Läuft doch super, nein. Hast du deine A, 12 in der Hand? Da ist er. Mach was, mach was! Oh yeah! 30 Leben, 30 Leben! Echt? Deine Mutter, deine Mutter! Schengstiel, ey, das... Unendlich, unendlich Geld! Klick schneller, Mann! Klick schneller! Oh, what, what, is no ice! Nein, 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 wo bist du? Oh, fuck! Nein, 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 du holst mich nicht! Du holst mich nicht! Du Arsch mit Ohren, Alter! Nein, renn! Renn um dein Leben, Junge! Lauf! Scheiß, Mann! Vielleicht will der Slendie mit mir eine Runde kuscheln im Zelt, wer weiß. Wir wissen ja gar nicht, was Slender eigentlich hier, der Slenderman von mir will. Ne, 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 der ist er! Der ist er! Nein, nein, verpiss dich, verpiss dich! Nein, nein, nein! Bitte lass mich hier durch! Warum komm ich... Nein, verpiss dich, Junge! Verpiss dich! Verpiss dich! Ne, mich kriegst du nicht, mich kriegst du nicht! Renn! Renn! Guck mal, ist er jetzt vielleicht... Ah, wo lauf ich hin, Junge? Wo lauf ich hin? Oh, Schiss! Oh, ich bleib hängen! Ah! Verpiss dich! Ah, weg, 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 weg! Alter, hier läuft ja Skrillex, was ist denn hier ab? Ah, jetzt, weiß ich, wo du bist ungefähr. Ja, so, ach, nein! Was, Hitmarker? Oh, fuck it! Ich weiß nicht, war nix, Alter! Scheiße, wie schön in den Hintern geschossen ist. Nein! Ironside, das ist für nix, ey! Was ist denn hier los, Alter? Frisst einfach nix mit Ironsides, ne? Ja! Komm, hör auf, Alter, jetzt! Ei, ja! Bin mir zuerst mal hier. Oh, Mann, ich hasse es, wenn man so nah aneinander ist. Scheiße! Ich hab keine andere Sniper dabei, ey! Sind das so ein Scheiße! Mit Ironside! Ey! Schwarz, ey! Ich treffe, weißt du? Ich treffe einfach! Ja! Ach, du! Ja, ach, fick dich, echt! Hahaha! Du müsstest das mal sehen, Alter! Ich treffe dich eigentlich, aber... Es passiert nix! Das ist unmöglich, Alter! Ja, komm! Komm, Taubsen! Hör's Maul, Alter, ich treffe dich die ganze Zeit! Trotzdem zeigt es mir keinen Hit an, Alter! Ich treffe, aber es... Ich treffe, ich treffe! Aber es passiert nix! Ist doch auch so! Du musst es mal sehen, Alter! Im Multiplayer, fahm, ist alle weg! Aber hier, nein! Der Hitmarke! Nicht mehr ohne Hitmarke! Hitmarke! Ja, ey! Na, verbiss ich! Wie du den Tomahawk geworben hast, ja, ja! Hahaha! Jetzt ist, jetzt ist das, jetzt ist das Maß übergelaufen, jetzt ist das Fass übergelaufen! Was passiert jetzt? Ist alles vorbei! Jetzt kannst du knicken, Alter! Jetzt, jetzt kannst du echt das Sniper-Duell vergessen, Alter! Du wolltest mich schlitzen, ich muss mich ja verteidigen! Jetzt ist vorbei, Alter! Jetzt mach ich hier ein Loop bis zum Gedicht! Ein Loop bis zum Gedicht! Oh, ja, ja! Was erwartet mich jetzt? Liebe Zuschauer! Ja, ja, ja! Das wird schützen! Ah! Jetzt ist aus, ey! Es kann doch nicht sein, dass ich da nicht treffe, ey! Ich meine Fresse, Alter! Ich hätte jetzt erwartet, dass es schlimmer ist, eigentlich! Weil, eigentlich, bis jetzt, ist es ja noch ganz ruhig! Wow, Junge! Geht's doch gar weg! Weg! Alter! Was war das? Scheiße! Ich dachte, jetzt ist es aus, Alter! Du willst ja jetzt nicht schreien! Wow, fängst mich doch! Wow, verpiss dich! Ah! Ah, Junge! Tick dich doch! Du, Mongo! Du, Mongo! Renn! Geh die Tür da! Nein! Renn! Renn, Junge! Renn! Ich kann nicht durch! Junge! 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 Alter, scheiße, scheiße, oh Junge. Hi Leute, ich heiße euch alle herzlich willkommen. Wir spielen heute SCP 087, das ist ganz schön hart, also was wir so gehört haben, noch nicht viel, aber wir haben schon einiges gesehen und alle die unter 12 sind direkt abschalten. Ja, ihr habt den Max gehört, alle Kleinkinder jetzt schleunigst verschwinden, ab ins Bett. Das war eben genau das gleiche. Wichs, Alter. Mach weg, mach das Spiel. Scheiße, Alter, nein, warte, das müssen wir weiter zocken. Oh mein Gott. Oh, ich hab noch nie mein Ländler schreckt. Ehrlich jetzt? Fuck, ja. Alter. Oh, scheiße. Ich hab jetzt auch wirklich einen real life Schiss, keine Ahnung warum. Alter. Alter. Ich hab wirklich psychisch irgendwie jetzt auch einen realer Schiss bekommen. Oh. Alter, nein, Mann. Oh. Weiß gar nicht, willst du weiter zocken oder? Nein. Junge. Junge. Scheiße, Mann. Ich hab's auf. Nein, mach's aus. Okay, mit den Schultern kann ich mir meine Ohren nicht zu halten. Komm, du musst mir die Ohren zu halten. Nein! Ah! Da ist irgendwas. Scheiße, Alter. Du zockst so frech weiter. Nein! Ah! Guck nicht weg! Warum? Warum nicht? Ist der da? Ist der da? Nein! Lauf! Lauf! Ah! Adrenalin! Ah! Oh, der ist weg. Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Oh! Eigentlich hätte ich nicht reinlaufen müssen, damit du sterben. Lauf mal. Lauf mal weiter. Lauf. 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 Lauf mal. Lauf. Musst's schon auslassen, gell? Mach nochmal ganz schnell. Nein, nein, nein. Mein Gott. Oh, nee. Oh, du Spast. Wieso hast du das gemacht? Du bist so ein Trottel, Junge. Oh, du bist so ein Spast. Guck mal, wo wir jetzt sind. Ja, das war's mir wert. Oh, was? Oh, Leute, wo bin ich hier? Nein, hier bin ich. Zu sein. Hey, wir sind richtig. Stimmt, stimmt, stimmt. Der hat gerade gerückt. Woa! Alter. Junge! Junge! Nein, noch einer, noch einer. Scheiße! Alter! Warte mal, ich komme hinterher gehüpft. Okay. Wow! Junge! Ja! Alter, ey, das... Was, diese Scheiße? Nein! Oh, fuck! Guck zu! Los! Ah! Hier! Irgendeiner hat den Bildschirm richtig vollgerotten. Auf, Nikolai! Komm! Ah! Ah! Renn doch! Renn unternehmen! Ah! Oh, noch ein Zettel! Ah, Junge! Always Watches! Nice! Ah! 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 Der ist ein Baum! Ich kann nicht! Er hat keine Kondition! Keine Kondition! Ah! Dreh dich um, Junge! Renn doch! Scheiße! Nae! Dae! Aaaaaaah!